servus aus münchen ich wollte mein kurzes video aufnehmen für alle die sich noch nicht dazu entschieden haben in den kurs von philipp zu investieren mir ist es nämlich ähnlich gegangen ich habe sehr sehr lang gezögert ob ich das wirklich machen soll ob das das investment wert ist ob das alles funktioniert und jetzt setze ich das wissen von philipp lang einen monat um einen monat bin ich jetzt eben schon wirklich dabei sein wissen in die tat umzusetzen und ich habe vier kunden bisher gewinnen können für eine sogenannte test woche und von diesen vier kunden sind bisher in einem monat über 1000 euro umsatz also honorar für mich rausgesprungen und das wissen von philipp ist brutal gut erklärt ich kann wirklich nur jedem empfehlen diesen kurs zu machen das investment wird sich auf jeden fall rentieren und an der stelle bitte ich euch bloß darum dass sie nicht den gleichen fehler macht wie ich dass ihr so lange zögert sondern kommt in die umsetzung kauft den kurs jetzt und zeit damit erfolgreich aber wartet nicht so lange wie ich was gut